Willkommen in der Center Debate zum ersten Review im neuen Setup und den Anfang macht Oculamaxes PS07 Artifacts, auch bekannt als Third-Party-Masterpiece Hoist. Die Box hat das klassische Oculamax-Design, was mir persönlich ziemlich gut gefällt. Einfach so ganz simples, klassisches Rastergitter im Hintergrund und ein schönes Artwork von der Figur und zwar zwei unterschiedliche. Einmal hier auf der Vorderseite diese Pose und dann hier auf der Seite nochmal die, entsprechend mit dem Cell-Shading drauf, dass das so ein bisschen nach Cartoon aussieht. Ich vermute fast, dass man hier wirklich die Figur genommen hat und hat sie dann entsprechend Photoshop-mäßig übermalt. Das würden die vielen Posen erklären. Cool aussieht, tut es aber allemal. Hier oben haben wir die Art of Transformation Perfection Series. Ob sie das Credo erfüllen, das werden wir gleich noch sehen. PS07 Artifacts, jede Menge Hinweise und hier noch ein paar schöne Fotos von der Figur. Richtig cool gelungen finde ich hier diesen Transformationsablauf vom Truck hin zum Roboter. Das sieht stark aus. Hier nochmal die beiden Gesichter, die man hat. Und eine ganz klassische G1 Bio mit Textbags. Und, was ich sehr schön finde, endlich mal inklusive des roten Streifens, sodass man das auch tatsächlich lesen kann. Also da hat jemand das Ganze wirklich zu Ende gedacht. Sehr, sehr schön. Anleitung und Sammelkarte kommen im gleichen Design. Auf der Sammelkarte ist sonst großartig auch nichts drauf. Hinten haben wir so ganz klassisch individuelle Produktfotos und ein paar Textbags und eine Biografie für diejenigen, die das lesen möchten. Ihr könnt jetzt mal kurz Pause machen. Und dann haben wir die Anleitung. Die ist eigentlich ziemlich umfangreich und sieht von den Grafiken so im ersten Moment eigentlich auch ziemlich gut aus. Ich kann euch aber sagen, ich hatte meine Schwierigkeiten damit, weil doch nicht jeder einzelne Schritt so richtig klar beschrieben ist. An ein, zwei Stellen ist die Reihenfolge nicht korrekt. Also optisch schick, funktional, eher mäßig. Also ein paar Hinweise, wer da alles seine Fingerchen mit im Spiel hat. Und das soll es fürs Papier auch gewesen sein. Er bringt eine ganze Menge Zubehör mit. Das erste sind diese beiden silbernen Blaster hier, für die ihr verschiedene Anwendungsmöglichkeiten habt. Zum einen könnt ihr die Waffe hier mit diesem kleinen grünen Pin oder Halterteil oder wie auch immer, könnt ihr hier in die Rückseite reindrücken. Das ist natürlich dann für beide Seiten. Dann könnt ihr sie natürlich auch hier auf der Schulter verwenden. Ihr könntet die so anbauen, dann ist sie allerdings von der Beweglichkeit einigermaßen limitiert. Deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, dieses Teil abzumontieren und nur diesen Teil des Blasters zu montieren. Das ist auch das Gleiche dann für die Montage an der Hand, was ich euch gleich noch zeige. Dann habt ihr hier diese kleinen Chromteile, die natürlich dann irgendwie übrig sind. Da hat man sich was ganz Cleveres einfallen lassen, wie ich finde. Ihr bekommt nämlich diese beiden grünen Teile hier. Und da könnt ihr die Rakete hier so reinstecken. Und habt dann hier auf der Rückseite, das ist der Port, wo ihr vorhin schon den Blaster im Fahrzeugmodus montiert habt, könnt ihr dann einfach hier das Ganze reinstecken. Und dann verliert ihr sie zumindest nicht. Das finde ich ziemlich clever und es fliegt nicht in irgendeiner Box rum und so. Und ich mag das einfach, wenn man alle Accessoires bei der Figur insgesamt unterbekommt. Für die Rakete selber, das ist vom System ein bisschen abenteuerlich. Ihr habt hier so eine Kerbe, die passt genau, ich klappe mal jetzt hier diesen Teil so ein bisschen ein, hier, da rein. Also ihr müsst jetzt irgendwie gucken, dass ihr dieses Teil da reinschiebt oder reinsteckt von oben irgendwie. Ich fand seitlich reinschieben ist der einzige Weg, wie ich zum Erfolg gekommen bin. Und das ist aber auch schon nicht ganz einfach. Aber ein bisschen hin und her funktioniert es in der Regel ganz gut. Aber das System, ich finde es unnötig kompliziert. Also ich finde, das hätte man auch sicherlich jetzt deutlich einfacher machen können. Und dann habt ihr die Waffe hier auf der Schulter montiert. Habt dabei jetzt den schönen Effekt, dass ihr wirklich hier noch schöne Reichweiten habt, wie ihr die Waffe ausrichten könnt. Das ist also eine Option. Und natürlich könntet ihr jetzt die andere Waffe hier an der Seite noch anbringen. Die Montage als Handwaffe ist etwas außergewöhnlich. Ihr habt nämlich hier unten dieses kleine weiße Teil. Das könnt ihr rausziehen. Müsst aufpassen, dass es euch nicht verloren geht, was mir hier fast passiert wäre. Und dann könnt ihr nämlich hier die Hand rausnehmen. Und ihr seht, das ist hier so ein Pilzkopfteil. Da schiebt sich das dann so drüber. Und da könnt ihr jetzt auch die Waffe reinstecken. Das Problem ist nur, dass die Waffe selber, das ist hier, der Teil muss ab, jetzt hier diesen Pilzkopfteil nicht hat. Dafür müsst ihr euch eines der zweiten, ein anderes Accessoire, nämlich hier diesen Hammer und die Basisplatte abbauen. Zu den Hammer kommen wir gleich noch. Können wir eigentlich gleich hinten dran machen. Und steckt das dann hier rein. Und montiert jetzt hier diesen Griff, klappt der ein. Der verschwindet auch fast komplett. Steckt dann hier die Waffe entsprechend in die Hand. Sucht euch euren... Der passt aber hier noch nicht so richtig schön rein. Ein paar Überstände an den Seiten, wie es mir scheint. Mit ein bisschen hin und her wackeln, funktioniert das dann. Und dann habt ihr am Ende hier dieses U-Stück oder U-förmige Teil. Das steckt ihr dann hier unten rein. Und dann hättet ihr diesen Look. Dann habt ihr, wie gesagt, noch diese Hammer hier. Die gab es wohl auch mal in irgendeiner Episode, an die ich mich tatsächlich gerade überhaupt nicht erinnern kann. Aber überhaupt ist mir heuchst als Cartoon-Charakter auch nicht so wirklich präsent, muss ich sagen. Hier habe ich jetzt dieses Bodenteil schon abgenommen. Hier ist es entsprechend noch drauf. Die Montage funktioniert ganz genauso. Wir machen das der Vollständigkeit halber. Aber trotzdem, ihr zieht hier das U-Stück raus. Nehmt die Hand raus. Steckt den Hammer hier rein. Mal gucken, ob der ein bisschen besser reingeht als eben. Das Doofe ist, dass hier dieses Teil vom Unterarm schiebbar ist für die Transformation. Das rutscht einem jetzt gerne mal weg. So ist es aber okay. Und jetzt klippt ihr hier dieses U-Stück wieder rein. Könnt den Hammer danach noch drehen. Und dann hättet ihr auch noch diese Variante. Dann bekommt ihr hier diesen Kraftfeld-Generator, den man von Trailbreaker auch genauso schon kennt. Und ihr habt zwei Optionen, diesen Generator am Bord zu montieren. Einmal die Schulter-Variante. Also so wie man das eher von Trailbreaker kennt. Das Ganze ist hier einfach ein Kugelgelenk, wo ihr den Generator draufklippt. Dann hier noch so ein bisschen ausrichten könnt. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Und dann habt ihr hier dieses Teil, wo ihr eben die Rakete draufgesteckt habt. Das klappt ihr nach hinten. Und dadurch bekommt ihr hier diese Öffnung. Und da könnt ihr dann diesen Armred sprechend reinstecken. Bisschen mit Kraft. Und dann hättet ihr diese Möglichkeit. Alternativ habt ihr noch dieses Stativ hier. Was glaube ich dann eher der klassische Heust-Look ist. Denn Heust hatte diesen Generator eigentlich immer hinterm Kopf. Und dann seht ihr hier, gucken wir mal, ob ihr das Licht bekommt. Da ist an der Basisplatte vom Kopf ein Pin. Und da steckt ihr das Ganze dann entsprechend drauf für diesen Look, der mir deutlich besser gefällt. Dann bekommt ihr zwei alternative Köpfe. Das eine ist nochmal eine Alternative zu diesem eher spielzeugakkuraten Kopf. Der Unterschied ist recht marginal. Ich glaube, der hier ist nochmal ein bisschen akkurater mit den Riffeln hier oben auf der Stirn. Den zwei getrennten Augen statt des durchgehenden Visors. Das heißt, das ist eine Option. Und die andere Option, die ihr habt, ist dieser Cartoon-akkurate Kopf mit einfach grauem Plastik und diesen blau bemalten Augen, die ich aber ziemlich cool finde. Und der Austausch des Kopfes ist eigentlich relativ einfach. Auf der Rückseite habt ihr eine Schraube, die ihr löst. Hier ist klassisch das Uhrmacher-Werkzeug, was jeder Transformersammler meines Erachtens zumindest im Masterpiece-Sektor auf jeden Fall dabei haben sollte. Die dreht ihr raus, die Schraube. Und dann müsst ihr vielleicht ein bisschen mit Hebelwirkung gucken, dass ihr die beiden Teile des Kopfes voneinander trennt. Die sind jetzt noch so ineinander gesteckt. Dann sieht man hier auch nochmal schön die blaue Farbe auf dem grauen Kunststoff wirklich cool bemalt. Bei dem bereits montierten Kopf macht ihr das entsprechend ganz genauso. Die Schraube ist etwas fester, aber mit dem richtigen Werkzeug kriegen wir auch die raus. Was ich schön finde, ist, dass jeder Kopf eine eigene Schraube hat. Dadurch hat man die Rückversicherung, wenn einem doch mal einer der Köpfe abhanden kommen sollte, beziehungsweise einer der Schrauben mal auf den Boden fliegt, dann ist das nicht so dramatisch. Man kriegt leider diesen Kopf wirklich schwer bis gar nicht auseinander. Ich weiß nicht, ob ich hier vorne ein bisschen drücken muss an den Augen, dass der hintere Teil rauskommt. Aber der wehrt sich gerade ganz gewaltig. Also das ist ein sehr dummes Spaltmaß. Also es ist zumindest keine optisch störende Lücke dazwischen, aber man kriegt es halt kaum auf. Jetzt haben wir das Ganze und dann nehmt ihr entsprechend einfach Vorderseite, Rückseite, alter Kopf, neuer Kopf, andersrum. So, da seht ihr hier diese Aussparung links und rechts für die Stange hier. Ich merke immer wieder, Kopf austauschen vor der Kamera ist tatsächlich nicht so einfach. Und dann drückt ihr das alles hier zusammen. Der Kopf geht genauso schwer zusammen, wie er auseinander geht und haut dann hier noch eure Schraube rein. Und dann haben wir den Cartoon-akkuraten Heuss, so wie ich ihn mir, glaube ich, hinstellen würde, mit einer Armkanone, dem zentral montierten Kraftfeldgenerator und dem grauen Kopf. Sieht eigentlich so ziemlich cool aus. Dann haben wir noch diese zwei Ersatzaußenspiegel. Das finde ich sehr gut mitgedacht, weil die doch in der Transformation durchaus ein Potenzial haben, abzubrechen. Oder auch einfach zu verschwinden, weil sie sehr klein sind. Hat man hier nochmal diese Alternative ein bisschen hier. Einfach grüner Kunststoff, Silber bemalt. Sieht ziemlich gut aus. Und das letzte Teil ist ein Austauschgesicht für Okunomax Swings, auch bekannt als Mirage. Und zwar der Spielzeug-akkurate Kopf bringt mir jetzt natürlich hier bei der Figur so nichts. Kommen wir zur Figur selber. Das dominierende optische Merkmal ist das grüne Plastik, das kein großartiges Finish drauf hat. Wenn man sich hier die Unterseite dieses Teils anguckt, von welchen hiermit könnte es vielleicht so ein kleiner Glanzlack drauf sein. Ist aber schwer auszumachen. Sieht aber, muss ich sagen, sieht weder sonderlich hochwertig aus, noch fühlt es sich sonderlich hochwertig an. Was übrigens für die ganze Figur so ein bisschen gilt, weil sie so ein bisschen, einmal das Kunststoff sich seltsam anfühlt, aber auch so ein paar Gelenke so ein bisschen, alles so ein bisschen wackelig und so. Er ist nicht wirklich instabil, das wäre sicherlich übertrieben. Aber ich weiß nicht, es gibt nicht so dieses Gefühl, dass man hier so ein richtig stabiles, hochwertiges in der Hand hat, wenn man ihn hier schüttelt. Es bewegt sich alles so ein bisschen mit, es klappert nicht richtig, aber naja, ich weiß nicht. Die Haptik ist nicht meins, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Kopf jetzt hier ist der Ersatzkopf, da haben wir ja schon drüber gesprochen, graues Kunststoff, blaue Visor. Das sieht bei den anderen Köpfen, also der Kopf, mit dem er ausgeliefert wird, auch nicht viel anders aus. Da haben wir halt noch den zusätzlichen silbernen Akzent auf dem grünen Kunststoff, aber das ist okay, die Formgebung gefällt mir gut. Hier hätte man vielleicht mal, um es ein bisschen tiefer hinzubekommen, vielleicht auch einen schwarzen Akzent, ein paar Sachen noch machen können, hier an den Außenseiten was akzentuieren. Definitiv eine verpasste Chance. Ansonsten haben wir hier schön diesen Tempographdruck hier an der Seite mit diesem Warnstreifen. Die ziehen sich auch hier wirklich über das gesamte Fahrzeug, auch über die Füße. Das sieht ziemlich cool aus. Hier haben wir leider nur diesen etwas lieblosen blanken Kunststoff ohne irgendwelche Akzente. Die Hände sind grüner Kunststoff. Hier hinten haben wir den orangenen Kunststoff für das Backpack, was ich übrigens angenehm kompakt finde. Hier so ein bisschen mit den Lücken und Löchern, das ist nicht so das Ansehnlichste. Insgesamt hat einfach dieser Block hier hinten drauf. Aber man hat es ganz gut gelöst als optisches Element. Hier diese beiden Flügel, die lassen sich entsprechend noch justieren. Das ist einfach orangener Kunststoff. Auch hier nochmal diese Warnstreifen drauf. Silber verchromte Felgen, die man auch hier, oder kann man sie auf der, ne an den Beinen kann man sie gar nicht sehen. Ne, hat man gut versteckt. Und ja, oranger Kunststoff hier entsprechend für die Hüfte. Ein Diecast-Teil hier in der Mitte. Das sehen wir gleich noch bei der Transformation. Hier haben wir hier noch verchromt. Teile, die wir auch gleich jetzt im Fahrzeugmodus nochmal angucken. Grauer Kunststoff, äh, oranger Kunststoff für die Knie. Hier haben wir tatsächlich mal einen orangenen Farbakzent hier für diesen zusätzlichen Streifen. Das ist ganz nett. Andererseits sieht man halt hier von unten halt auch, dass man es nicht durchgezogen hat. Der schönste Farbakzent ist eigentlich immer noch jedes dieses Silber auf dem, ähm, auf dem grünen Kunststoff hier unten. Plus die Akzente hier an der Seite. Rot-transparenter Kunststoff für die Rücklichter, die Blinker noch bemalt. Das ist alles schön. Da kommt noch ein bisschen Liebe zum Detail durch. Aber insgesamt sehr viel unbemalter Kunststoff. Für eine, aber ansonsten, wie ich finde, sehr schön designte Figur. Ähm, die Proportionen stimmen auf jeden Fall. Der Charakter ist ganz klar wieder zu erkennen. Und, ähm, ja, man hat jetzt keine wirklich unansehlichen Elemente. Er fühlt sich und sieht halt einfach nur nicht sonderlich hochwertig aus. Der Kopf sitzt auf einem Scharnier runter und hoch. Hoch geht wirklich sehr schön weit. Schon sehr extrem. Runter ein bisschen. Hm, vielleicht ein bisschen mehr noch schöner gewesen, aber okay. Und zusätzlich habt ihr hier einen Rotationspunkt rundherum, eine Neigung oder ähnliches habt ihr keins. Die Arme, die sind ganz interessant. Wir haben erstmal hier, also quasi hier drinnen montiert, einen Scharnierpunkt. Der bringt euch den Arm 90 Grad raus. Das ist das Erste. Dann habt ihr hier, an dieser Stelle sitzt ein Rotationsscharnier rundherum. Muss noch ein bisschen aufpassen, was man hier mit dieser Klappe macht. Die lässt sich auch noch artikulieren. Gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir ein Butterfly-Gelenk nach vorne bis hier und nach hinten bis hier. Also nicht übermäßig viel, aber eine zusätzliche Artikulation, die ich sehr schön finde und die euch ein paar mehr Möglichkeiten gibt. Dieses Paneel hier hinten, normalerweise steht es ja immer so ein bisschen seitlich, könnt ihr aber so, ihr könnt das glatt anlegen. Ihr könnt es auch hier auf diesem Gelenk noch ein bisschen verschieben. Also wo ihr das hinhaben wollt, kriegt ihr das eigentlich hin. Das ist ganz schön. Der Oberarm rotiert direkt unterhalb dieses grünen Blocks. Das ist optisch auch gut gelöst. Ellenbogen, einfaches Gelenk, was leider hier sehr unansehlich aufreißt. Das sieht nicht so toller aus, aber funktional ist es. Wir haben die Hand, die rotiert einmal 360 Grad und dann haben wir hier die Finger. Erstmal alle einzeln artikuliert. Die unteren drei sind in dieser gekrümmten Haltung fixiert, lassen sich also nur am letzten Gelenk bewegen. Und der Zeigefinger hat ein zusätzliches Gelenk, sodass ihr hier also so eine Zeigehaltung oder sowas hinbekommt. Und den Daumen, das ist aus dem Weg hier, na komm her, alles ziemlich klein und fiddelig, aber schön fest toleriert. Das gefällt mir gut. Der Daumen sitzt einfach auf dem Kugelgelenk und gibt euch auch noch ein paar Möglichkeiten. Die andere Hand würde genauso funktionieren, wenn ihr sie denn habt. Hiermit könnt ihr nichts groß machen, außer das Teil zu drehen. Bringt euch aber jetzt großartig auch nicht weiter. Dann haben wir die Hüfte. Die Hüfte hat erstmal eine Rotation. Die schiebt ihr, wie ihr seht, so ein bisschen unschön das Backpack an die Seite. Da ist es tatsächlich schöner, man bewegt das wirklich auf diesem Gelenk, was dabei ist, ein bisschen nach hinten. Wenn man die Reichweite wirklich braucht, werdet ihr aber den seltensten Fällen brauchen. Ihr habt eine Rumpfbeuge. Ein bisschen löst ihr dann hier vorne die Arretierung von der Brust, aber ihr kommt zumindest so bis hier hin runter. Das ist ziemlich cool eigentlich. Nach hinten geht so großartig dann nichts mehr. Die Hüfte selber hat keine Hüftklappen oder so. Das sind alles feste Teile hier und sind auf Ratschen nach vorne. Und die halten das Bein auch sehr gut. Der Zahnabstand ist halt nur recht groß. Ich habe halt diesen Effekt hier. Das meinte ich mir, dass die Figur sich insgesamt so ein bisschen wabbelig anfühlt, weil alles so ein bisschen Spiel hat. Nichts ist wirklich schlecht oder klatscht runter oder ähnliches. Das passt alles schon. Aber durch dieses viele Spiel ist er halt einfach so ein bisschen Kaugummimäßig unterwegs. Geht nach vorne bis hier, nach hinten. Im Prinzip bis hier, wenn ihr jetzt das Backpack irgendwie noch ein bisschen beiseite schiebt, geht es auch ein bisschen weiter. Also alles, was man brauchen wird. Dann haben wir das Bein nach außen. Das ist einfach nur mit Reibung, aber schön fest, schön stabil. Hat zwar auch hier so ein bisschen diesen Wackel-Effekt, aber klatscht nicht runter. Ist super, super toleriert, wirklich gut. Und wir haben hier Rotation und Oberschenkel, gar kein Thema. Das Knie ist streng genommen eigentlich ein doppeltes Gelenk. Ihr habt hier einmal das eine Gelenk hier. Das gibt euch die 90 Grad. Wenn ihr jetzt hier unten die Arretierung zwischen den beiden Teilen löst, könntet ihr auch noch das zweite so ein bisschen mit rausholen. Aber es bringt euch nicht wirklich was. Und ich würde es nicht machen, einfach damit die Figur ihre Stabilität, die schon nicht so gigantisch groß ist, behält. Und dann haben wir noch den Fuß. Da geht eigentlich nicht wirklich viel. Ihr könnt die Zehen nach unten bewegen, was relativ nutzlos ist. Nach oben geht da nicht wirklich was. Dafür könnt ihr den Fuß schön weit ausstellen. Also Artikulation ist, denke ich, eigentlich ziemlich rund. Wirklich fehlen tut mir eigentlich gar nichts, außer dass der Fuß nicht nach oben geht. Das wäre tatsächlich das Einzige, was ich mir noch wünschen würde. Alles andere ist ziemlich gut. Die Hardware ist eigentlich auch okay. Also zumindest die Reibungsgelenke sind super toleriert. Und das eine Ratschengelenk, was man hat in der Hüfte nach vorn und hinten, das hat mir einfach nur ein bisschen viel Spiel in den Zähnen. Ansonsten geht das schon in Ordnung. Im Größenvergleich offenbaren sich ein paar Schwierigkeiten. Zum einen haben wir hier Masterpiece Proul. Und ich finde, der Vergleich ist ziemlich optimal. Er ist einen guten Kopf größer. Und das ist ungefähr so, wie ich mir Heust vorstelle. Wir haben ebenfalls zum Vergleich mal einen der verfügbaren Third-Party-Trailbreaker, nämlich den X-Transports Aegis. Und das wiederum passt überhaupt nicht. Der Trailbreaker muss, glaube ich, schon ein bisschen größer sein als Heust. Aber hier schießt es doch eindeutig übers Ziel hinaus. Aber ich würde das in dem Fall tatsächlich eher dem X-Transports anlasten, der mir bis zu diesem Vergleich eigentlich gar nicht so extrem groß vorkam. Jetzt, wo ich die zwei hier nebeneinander stehen sehe, muss ich sagen, ist mir der X-Transports viel zu groß. Und das Format von MMC's Heust oder Oculamax's Heust gefällt mir deutlich besser. Und da haben wir den Truck-Mode. Und den mag ich per se. Okay, erstmal ist der Look sehr wiedererkennbar. Heust, dieser ganze Aufbau hier hinten mit dieser Abschleppstange. Ich glaube, das ist nicht so 100% akkurat. Sieht ein bisschen improvisiert aus. Aber kann man, glaube ich, so weit durchgehen lassen. Und ja, man hat jetzt hier wirklich schön diesen durchgehenden Streifen. Man hat natürlich hier so ein bisschen die Lücken. Das heißt, da ist der Druck nicht so 100% geraten. Aber zumindest der Übergang hier von Strich zu Strich, das ist zumindest alles sauber. Hier nochmal schön die Details mit dem Blinker. Und die Front vorne sieht im Prinzip gut aus. Schließt halt alles nicht so richtig, was ein Grundsatzproblem bei dieser Figur und bei diesem Fahrzeugmodus vor allem ist. Blau transparente Lichter, hier die orangenen Blinker und Mutterhaube, wie gesagt, nicht richtig zu. Aber schön verchromt vorne, das ist toll. Wir haben die silber bemalt hier oder silberner Kunststoff. Da bin ich mir nicht sicher. Diese Trittstufen, verchromte Felgen, silberne Griffe. Hier noch so ein Detail, das sieht alles schön aus. Wir haben das Silber auf den Außenspiegeln und die rote transparenten Rückleuchten. Also alles in allem, denke ich, ziemlich gut. Was ein Problem ist, dass diese Arretierung hier nicht hält. Das ist gerade dann, wenn man ihn rollt, ein bisschen Druck ausübt. Dann passiert ganz häufig halt das hier. Das ist ein bisschen schade, wenn man das jetzt nicht übertreibt. Dann rollt er ganz okay. Sofern er denn, also, wie ihr seht, er rutscht da doch immer wieder raus und dann fängt er an zu schleifen. Also würde er hier, wäre er hier hinten richtig zusammen, dann, ja, jetzt geht es gerade mal. Rollt er auf diesen Vollgummireifen ganz gut, aber bloß nicht zu viel Druck ausüben, dann geht das in die Hose. Also der Fahrzeugmodus, denke ich, geht klar. Der Weg dahin, wenn ihr Zeit habt, guckt euch mal das Transformationsvideo an. Der Weg dahin ist persönlich nicht so toll, hauptsächlich, weil es alles sehr eng gestrickt ist, viel mit Kraft und Drücken und so. Das Engineering ist ganz clever, aber die Transformation macht nicht so richtig Spaß. Immerhin kriegt man ein ganz cooles Fahrzeug dafür. Der Größenvergleich der Fahrzeugmodi mit Masterpiece Prowl wiederum gefällt mir nicht so gut. Ich finde hier Heuss tatsächlich etwas zu klein. Die zwei haben so ungefähr eine Größe, aber so ein Pickup-Truck sollte schon, ich sag mal, so ein Nissan-Sportwagen etwas überragend, gerade in Länge und Höhe. Und von daher hätte ich mir das Ganze etwas größer gewünscht. Wahrscheinlich würde das wiederum mit dem X-Transports hier, dem Trailbreaker, richtig gut passen. Dafür ist der Bot halt zu groß. Es muss halt mal jemand echtes Nashifting erfinden. Fazit. Schwer. Wirklich schwer. Also auf der positiven Seite, ich finde die Form richtig gut. Ich finde die Hardware an den meisten Stellen ziemlich gut. Und mir gefallen tatsächlich auch beide Modi. Also nicht nur der Roboter gefällt mir von der Form, auch der Truck gefällt mir von der Form. Sofern man ihn denn irgendwann mal überhaupt zusammenbekommt. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Das heißt, das Problem ist auch nicht unbedingt das Engineering. Ich würde tatsächlich, weil ich finde die Transformation eigentlich ziemlich clever. Ich finde die Schritte teilweise ziemlich clever. Ich glaube, das Problem ist hauptsächlich, wie es teilweise zusammengebaut wurde. Wie eng die Dinge aneinander vorbeirutschen. Und wie schlecht teilweise das Material ist. weil es einfach nicht richtig zusammenhält. Und ja, so. Was soll ich sagen? Mir fehlt noch ein bisschen Farbe dazu. Sehr viel, sehr viel rohes Plastik. Bei dem grünen stört es mich tatsächlich noch am wenigsten. Weil das ist irgendwie doch so ein, entweder ist es ein bisschen so ein Metallic Plastik. Also so ein glänzendes Plastik oder es ist wirklich noch irgendein Lackfinish drauf. Aber stören tut es mich definitiv bei den weißen und orangenen Teilen. Einfach, weil die doch sehr platt wirken. Es gibt eine Menge Accessoires. Die funktionieren teilweise gut, teilweise weniger gut. Sind aber von der Idee eigentlich alle ziemlich gut umgesetzt. Und ja, hauptsächlich stört mich am Ende wirklich das Feeling der Figur. Er fühlt sich nicht sonderlich stabil an. Er fühlt sich nicht sonderlich hochwertig an. Und das ist schade, weil er ist top artikuliert. Das ist richtig geil. Und eigentlich kriegt man auch alles raus. Also ich habe auch keine richtigen Stabilitätsprobleme in dem Sinn. Und wahrscheinlich, wenn er einmal im Regal steht, dann tut er da als Heust-Repräsentant auch absolut seinen Dienst. Aber nimm ihn bloß nicht raus und fang an damit rumzutüdeln. Weil bis du zu dem Zeitpunkt, oder bis du an dem Punkt angekommen bist, wo du die Figur gerne haben willst, kriegst du an vielen Stellen die Krise. Soweit mein Videoreview zu Oculamax Artifacts. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.